Da, wenn er dann Tinder-Date in Afrika hatte, aber da würde ich lieber aufpassen, dass es dann irgendwie dann eine alte Omi ist oder irgendwie ein Kerl. Hallo meine Freunde der Sonne, das ist immer wieder ein Heuer, ich gehe mal auf Super Mario Taxi. Ich habe hier gerade so eine Wärme in der Wohnung, man konnte hier ein Grillhähnchen hinstellen oder hinlegen oder hängen. Das Ding wäre fertig in 10 Minuten. Ja gut. Was muss das, muss, ne? Schön, dass er mal an meiner Heimat vorbeifährt. Ich muss zahlen. Ich sage auch immer so, ja, ich bin YouTuber, ich habe 2000 Abonnenten, wie ich muss zahlen. Bei Clubs genauso, ich sage dann immer hier, ich mache Werbung für euch. Okidoki. Und rein da, wollte ich gerade sagen. Das ist so nice. La la la. Oh yeah. Oh yeah. Ne, ne, den würde ich nicht mitnehmen. Ne, Lucia würde ich einfach dran vorbeifahren. Okidoki. 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 Oh yeah. Oh, ho, 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 ho. No. Oh yeah. Hey, man tut es, ich will nicht mitnehmen. Let's go. Mario, number one. Oh yeah. Oh, ho, 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 ho. Yeah, ha, ha, ha. Hahahaha. Aber ist halt, ist halt ein guter Service, ne? Wer wird dann nicht noch bis zur Tür gefahren, wird da auch bis zur Tür von der Tür gefahren, ne? Also bis zum Friseur. Bisschen schlecht. Oh eh, ha, 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 ha. Let's see if we can go even faster. Oh. Good boy. Thankyuu. Komm again. Wooowowoo! Ha ha. die ampel und so da läuft der taxometer dann weiter also wenn ich wäre ein übelst guter taxifahrer ich würde dann erst mal ganzheit um zwei blöcke fahren und dann wenn dann der folger sagt hier waren wir doch schon drei schmeißen nee nee das kann nicht sein tier waren wir noch nicht geil die 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 Oh Gott, ein Key, ich wusste, ich sollte den Subway nehmen! Hell yeah! Hehehehe Geid Oh, die sind ziemlich cool, Bionos! Oh? Oh, come on! Oh, Möo! Oh, Möo! Oh, Möo! Oh, Möo! Oh, Möo! Geil! Mach das bitte nicht nach, meine Freunde in der Sonne, macht das bitte nicht nach, wenn ihr euer Fürfment beeilt! Oh You better try Oh Oh Der hat schon 3 Sterne Oh Sehr gut Hey Stinky Hey Stinky Du hast doch nicht bezahlt Bleib bei ihr Oh Mit dem Geld übrigens kann man sich ganz 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 viel Spaghetti kaufen Denk mal drüber nach Scheiß auf Immobilien kauft euch Spaghetti Hello Select the level Afrika, please Say what now? Alrighty, let's go Hmm Yippee Hey 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 Hi Hello Hey Oh Da muss er Ab Der Penisfisch. Oh crap! Oh crap! Ich höre mal ein bisschen wie viel... wie viel Sinn ist das jetzt? Mann, ich wollte es bezauern. Ey, so wie aber das sah jetzt gerade so falsch aus. Okidoki. Country Roads! Take me home! To the place! Kite! 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 My button is fucked! Oh Investieren Spaghetti Ich werde ein bisschen nach aus mit dem Ich werde euch nicht mehr aus полen Yo man wassup FIRE Oh no you don't This is the part where you run away Oh no No DIE Ich kann jetzt nicht mal mehr Spaketti jetzt holen, das finde ich schon echt frech, wenigstens, dass wir Geld hätten, den lieben Mario da lassen können für ein bisschen Spaketti, Mensch, ne, finde ich nicht gut, finde ich einfach nicht gut, ne, der hat auch so gute Arbeit geleistet, also es war ein Taxifahrer, da würde ich nicht einsteigen, so, ne, weil vorher würde ich mir 5000 Unfallversicherung machen und 5000 Lebenversicherung, aber er hat die Leute, ich guck mal, selbst nach Afrika gebracht, ne, also das kann jeder, das kann nicht jeder, ne, also das muss ich am ersten Mal positiv erwähnen, so, ne, also in meinen Augen ist er ein guter Taxifahrer, ne, der, wie schon gesagt, der sollte vielleicht jetzt nicht unbedingt bei mir in der Nähe fahren, weil sonst, ne, ne, mach ich nicht, ne, hab ich Angst vor, ist mir zu brutal. Ich hoffe es hat euch, hat es gefallen, guckt unbedingt das Original an das Original, ist wieder ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, bis dann haut rein und tschüss.